Wir brauchen die Freiheit des Handels, aber auch die Begeisterung für Innovation. Und dazu möchte ich Sie auf dieser Messe herzlich einladen. Tragen Sie es raus, bleiben Sie nicht stumm nach dieser Messe. Wenn Sie nach Hause gehen, sind Sie die Botschafter eines Logistikstandorts Deutschland, eines Logistikstandorts Europa, in der weltweiten Vernetzung mit unseren Partnern, damit wir den Wohlstand erhalten und dort, wo es in der Welt noch nicht Wohlstand gibt, mit unserer Innovation und mit unserem Fortschritt den Wohlstand bekommen und erarbeiten. Dazu wünsche ich dieser Messe alles Gute, gute Eindrücke, gute Innovation und vor allem den Mut für Zukunft. Herzlichen Dank.